Hallöchen und herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zu einer neuen Folge Minecraft Superjump. Endlich mal wieder seit so langer Zeit Superjump auf dieser wundervollen Map, die bestimmt auch keine 3 Stunden dauert zum Springen. Ja, es gibt ein bisschen wieder was zu sagen, nämlich dass ich sehr dankbar bin für die 400 Abonnenten, die ihr mir ja mittlerweile beschert habt, wenn sie nicht wieder runter gegangen sind. Also ich nehme das jetzt am Sonntag auf dieses Video und es kommt erst am Montag. Weil ich relativ viel vorproduzieren muss für die Gamescom und für die ganze Woche, weil ich halt auch Ferienjob mache und so. Und ja, ich wollte mich einfach bedanken für die 400 Abonnenten oder fast 400 Abonnenten, falls sie jetzt wieder runter gegangen sind. Falls sich jetzt welche denken, boah, das gönne ich dem aber nicht dir, ey. Und dann sollen sie das denken und ich bin total behindert. Naja, gut. Dankeschön für die 400 Abonnenten. Und wie schon im letzten Video angesprochen, es wird höchstwahrscheinlich sowas wie ein kleines Giveaway geben. Oder ein Gewinnspiel ist, was ja eigentlich ein Giveaway ist. Oder sonstiges. Das werde ich mir noch überlegen. Kommt auch auf Kostenfragen an. Aber ich werde auf der Gamescom mal gucken, dass ich da vielleicht was abgreifen kann. Was ich dann an euch weitergeben kann, falls ihr nicht auf der Gamescom wart oder seid. Was ich jetzt noch... Ich bin gerade aber auch totally schlecht. Was ich jetzt aber auch noch ansprechen möchte, ist, dass ich gerne nochmal sagen würde, ganz in Ruhe und unverblümt, wenn mich jemand auf der Gamescom treffen möchte, sagt doch einfach mal Bescheid in den Kommentaren, per privater Nachricht oder sonst irgendwie. Vielleicht ist da jemand von euch da und möchte ein bisschen quatschen über mich und meine Person. Und das können wir natürlich gerne machen. Unglaublich gerne mache ich das. Und wir sind gerade so derbe Kacke, dass es eigentlich nur darauf ankommt, was ich hier gerade rede. So gut. Was auf jeden Fall geguckt wird, ähm... Wir haben, soweit ich weiß, Presseausweise. Bedeutet also, wir kommen ein bisschen früher rein, können uns alles ein bisschen hinter den Kulissen angucken. Kamera habe ich leider nicht dabei, beziehungsweise wahrscheinlich nur manchmal an. Weil Kamera einfach... Ich weiß nicht, ich bin... Ich habe so eine Kamera, die nimmt nicht mal richtig HD auf oder so irgendwas. Das wären die totalen Scheiß-Videos. Und, äh... Deswegen bin ich da echt damit überlegen, ob ich da die Kamera mitnehmen soll. Aber wie gesagt, ich glaube eher weniger. Wo ist denn der Typ schon? Der muss ja schon irgendwo da oben sein. Äh... Und deswegen wird es wahrscheinlich keine Videos geben, was die Gamescom angibt. Vielleicht das ein oder andere Foto, falls wir irgendwen treffen oder so. Das super gerne. Aber ansonsten erstmal nischt. Ist auf jeden Fall nichts geplant. Sehr wahrscheinlich wird bei Rompe auf dem Kanal, wer den noch nicht kennt. Wird dann auch verlinkt sein irgendwo, unter irgendeinem Video, wenn ich das nochmal anspreche. Da wird dann höchstwahrscheinlich was Kleines kommen. Wie wir uns treffen, wie wir uns sehen, wie wir uns knuddeln, wie wir uns liebhaben. Alles mögliche. Und ja. Deswegen wartet da einfach mal noch ein bisschen drauf. Alles nach seiner Zeit. Das kommt alles noch wundervoll. So wie wir das alle wollen. So. Den Trick hier kennen wir doch alle. Der ist auch vollkommen legitim, habe ich mittlerweile schon erfahren. I was by the final jump. Sehr gut, dass du schon da warst. Ich bin noch lange nicht so weit. Und ich verspreche mich hier die ganze Zeit. Okay, cool bleiben. Wir müssen diese Challenge jetzt gewinnen. Also wie gesagt, Gamescom, wenn ihr mich treffen wollt, gerne Bescheid sagen. Dankeschön für 400 Abonnenten. Ist sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube von meiner Seite her nicht. Schreibt doch mal was in die Kommentare, was ich mal demnächst ansprechen könnte. Was ich mal für Projekte machen soll. Wie gesagt, also ich bin ja an Star Wars Battlefront 3 dran. Und ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, was das wird. Ich bin noch an Dingensbumens dran hier, an Batman. Das würde ich auf jeden Fall alles machen. Dark Knight, das wird toll. Das wird, glaube ich, richtig cool. Floating Island. Ach nee, scheiße, wir sind ja beim Falschen. Wir müssen ja zu Superjump. Und deswegen, ich freue mich auf so die richtig geilen Projekte, wenn da wieder was kommt. Von den Entwicklern. Mal gucken, was das hier ist. Was war das denn? Och nö. Die harte Map. Äh, good job wollte ich schon schreiben. Good luck, mein Freund. Und so, follow the pumpkins. Müssen wir irgendwie hinbekommen. Irgendwie ging das doch so. Oh, scheiße. Wird er von ganz unten anfangen? Ist ja nett. Ist ja süß. Mache ich doch immer wieder gerne. Ach nee, warte mal, wir müssen hier hoch und da. Und hier ein paar mal rum. Nee, hä? Ach so. Na, gut. Das war der komplett falsche Weg, den ich hier direkt mal eingeschlagen habe. Aber ich persönlich glaube ja, dass diese Leute, die diese Maps alle spielen, die Maps schon öfter gespielt haben als ich. Weil die wahrscheinlich tagsüber auch nichts anderes machen, als diese Maps zu trainieren und dann die kleinen Leute fertig zu machen. Weil die bestimmt halt auch ein paar Punkte geben, wenn sie die gewinnen. Hä? Er ist einfach rausgegangen. Alles klar. Scheinbar ist er doch nicht so vertraut mit der Map gewesen. Die war eben scheinbar zu schwer und zu doof. Alles klar. Gut. Nether. Easy. Nehmt das jemand an? Danke. Dann machen wir die noch schnell. Und dann noch ein, zwei, drei und dann sind wir auch schon durch hier mit dem Video. Also was geht denn... Was war das denn hier für eine Map? Die haben wir doch schon... Das geht ja schon los. Die haben wir doch schon mal gemacht. So. Geschafft. Oder ich sehe nichts Ich sehe nichts Gut Weiter geht's Nach oben, nach oben, nach oben Minecraft Soccer Okay, der stirbt die ganze Zeit einfach weg Ist mir gleich doch viel sympathischer Wenn hier jemand ist, der das Spiel Nicht so gut kann Und so dumme Fehler macht Wie ich auch So, hier können wir einfach drüber rennen Die Dinge einfach ignorieren Hier durch Links, rechts, links, rechts Alles klar, gut, gut zu wissen Merken, merken, merken Nach oben Und weiter geht's Blind Jump Hat funktioniert Okay 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 Geschafft Die Map Die Map ist doch irgendwie schon verdammt einfach gewesen Und dass der Minecraft Soccer hier so oft stirbt Das hätte ich jetzt nicht gedacht Weil sein Name mir irgendwie sein Minecraft nicht vorkam Red Grove machen wir noch Und das war's dann glaube ich auch schon mit der Folge Dankeschön fürs Zusehen Dankeschön fürs Zusehen soweit schon mal Wenn's euch gefallen hat Lass eine positive Bewertung da Und jetzt ziehen wir den Typen ab Würde ich sagen Oh Scheiße Oh Scheiße Dann würde ich wie gesagt sagen Dankeschön fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Lass eine positive Bewertung da Wenn's euch gefallen hat Wie gesagt Schreibt mich an Wenn ihr mich auf der Gamescom irgendwie sehen wollt Dann gebe ich euch einen kleinen Termin Und äh Ansonsten Bis zum nächsten Mal Dankeschön fürs Zusehen Tschüss